hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge keep talking nobody explodes was mit sicherheit auch nicht passiert mit meiner tollen kollegin heute sie strahlt für mich den mut und die selbstsicherheit aus ja haben wir gehört dazu die selbstsicherheit in person aber aber ich bin total optimistisch und das nicht alles mit scheiß denn schauen wir mal aber eigentlich muss es ja gut klappen wir haben ja diese pli-palli 4-4 multitasker ja dann wünsche ich dir viel spaß das macht auf jeden fall laune das möchte ich zu bezweifeln okay wir sind sicherlich nicht bereit und wir drücken das s-wort ja das angstzusteckende s-word es wie schade es wie scheiße sagen wir nicht in diesem let's place okay scheiße tut mir leid schade okay wir haben muss jetzt nur da haben wir gas ablassen ja eigentlich kommen da diese zwei hebel dinge und dann gas ablassen bei mir jedenfalls jetzt okay wir fangen wir an wir fangen an mit symbole ist das nicht weit oben sein ja das kennen wir doch auch schon ja okay habe ich am start wir haben den schmellerling dann haben wir den smiley das b mit hut jo und die um die sechs denn immer die sechs ja eben gut ja medagrische ja und smiley ja ich muss irgendwas ablassen das war mal ab wo ich glaubt auf einmal der war noch weiter runter ja ich bin 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 ich männer und die taten halten ja das ist definitiv meine bombe immer das geht auch über das ganze letztlich auch meine letzte Zeit merke ich das ja ich hoffe doch der Kommen um die komplizierten Gruppe ja die gut rühn nummer zwei ja ich bin bei ihm verboten ja und ich bin in der luft ich kann nur noch n alles klar ab oder sind sie schon wohl alles klar denn haben wir jetzt wird was ist das unter dem was sehr schön dann haben wir einmal dieses die Blitz die Lolli ja das E mit Hut ja und dieses Schreibpaar mit Haken unten okay denn Lolli ja Blitzi ja okay und H okay ich lass mal kurz ein bisschen Dampf ab oder noch nicht ja oder doch lieber ja mach mal lieber holen wir uns ein paar Sekunden hop 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 denn haben wir ein Labyrinth ach Gott hier ich hab gedacht auch mal Symbole okay 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 ja zum Start okay dritte Reihe von rechts zweite Position also quasi dritte von oben und zwei ja also dritte Reihe unter den oberen okay ja und der Punkt wo ich hin muss ist oberste Reihe dritter von links ach so also du bist unter dem Kreis ja okay und dein Dreieck ist ne das ist mein Dreieck mein Dreieck ist unter dem oder den Punkt oder den Punkt da ist irgendwas explodiert aber ich hatte kein Gas die Zeit wohl abgelaufen von diesen Dingern da ne die hatte ich noch auf meiner Seite diesmal ach so ja ist wieder dieses Mysterium des Gasablassens yes oder no ach das Ding ist explodiert wieder ja ah lol ey es gleich geh immer zu Symbole die dritte wenn davon mal meine Kamera ausfällt oder irgendwelche Fluche hört dann wisst ihr ich hab die wohin geschmissen oh was ist ohne tunit ach so da steht verschiedene Arschgeib was steht denn da verschiedene eben stand da explodieren ja oder nein dann hab ich mal no genommen ok da stehen verschiedene Fragen ja ah ich glaub jetzt weiß ich was explodiert ist ok ok wir müssen mal genauer gucken wir haben Symbole ne wie gesagt ja den ausgemalten Stern ja ja dann haben wir den Kronreuchter ja B mit Hut und Enter dann nimmst du den Kronleuchter ja B mit Hut ja und Enter und Gasablassen nein das schaff ich nicht mehr komm nein oh das wird jetzt showdown hier hm 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 ich bin jetzt gerade ich muss jetzt beide ich hatte überall noch eine Sekunde lol sie muss sich einmal links ein bisschen ablassen rechts ein bisschen ablassen ja das hat sich bei einer einer Runde aufgab dann kannst du zu den Paneelen gehen oder passen würde was du zuerst hast ich glaube Paneelen habe ich zuerst oder? ja habe ich ach man ich hab doch flessig geholfen zu spät explodiert? jaaa aber egal wir sind alle 5 Minuten und 5 Minuten explodiert jaaa ja das wird noch Runden hier Leute das ist traurbar wir machen Rüttrü die vierte oder fünfte ich habe keine Ahnung die vierte glaube ich ich bin nicht mehr drauf wie gesagt das wird die Hardcore Runde hier jaaa warte mal kurz ich warte alles klar oh da steht was du Jürgen das yes okay dann starten wir mal mit Symbole Kronleuchter äh jo ae äh 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 ja um um ja und umgedrehtes E mit Punkten E mit Punkten ja ae ja Kronleuchter ja okay ich mach mal einmal weg und den kannst du aussuchen wieder entweder Paneele oder Passwort genau wir nehmen wir Paneele dann bin ich als erstes okay aber ich mach mal schnell Gas oh oh Gas weg 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 Passwörter ok ne Paneele ok erste blaue in A nein äh erste schwarze in C ja ja zweite schwarze in A ja sehr schön erste rote in C ja warte mal kurz mal kurz gucken was da will von mir ja und darf so viel schnippeln nicht ich muss mal kurz hier einmal Gas ablassen so ja mach das mal also das erste rote in C ist ja ja dann haben wir noch das blblblblbl nächste schwarze in a das zweite glaube ich ne ne dritte musst du schon sagen 빨리 das mit dann den dritten denn nicht ne das zweite ist das in A Achso, denn ja, denn ja. Oh, falsch. Nee, Quatsch, kann ja gar nicht sein. Ach doch, ist noch ein Strike, ne? Ach, verdammt. Ja, bei der Bombe ist noch ein Strike, ja. Hab ich mich verzählt. Ich hab mich so auf die blöden Gasdinger konzentriert. Ich wusste jetzt aber auch nicht mehr, ob wir jetzt zwischen zwei oder drei Schwarze hatten. Aber ich wäre der Meinung, beim dritten Schwarzen gewesen zu sein. Aber okay, das ist die ganze Zeit. Aber ihr seht, ich werd langsam warm mit diesem Prinzip. Man darf nicht explodieren, glaub ich. Echt? Ich glaub, das ist das. Echt cool. Ja, dann haben wir ja auf jeden Fall schon mal einen Fehler entdeckt, irgendwie, ne? Ja, definitiv. Und wir haben das System mit dem Gas endlich geknackt. Ja. Okay. Das ist Serium. Machen wir gleich Paneele. Ach, was bist du von mir? Ja. Okay, dann machen wir gleich Paneele. Die kommen mal runter. Okay. Erste Rote in C. In C? Ja. Ja, ja, ja. Und das zweite Rote in A? Das zweite Rote? Nö, 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 nö. Okay, dann haben wir das dritte Rote in C. Nein. Das erste Schwarze in C? Ja. Ja. Das zweite Schwarze in B. B nicht. Nein, nein. Dann haben wir das vierte Schlau... Ne, Quatsch. Was ist das Rote? In B. Ja. B, nein. Und das... Oh, da hat was gepiept. Was wird da von mir? Ja, wollen wir. Es gasding, glaube ich. Oh, wechselt ihn nicht. Oh, wunderbar. Die sind doch mal auf der falschen Seite. Ja. Vergessen wir die Dampf abzulassen. Dann musst du mal Dampf ablassen. Ja. Ich mutier mal richtig. Ja, hab ich doch schon aufgenommen? Aufgenommen. Ja, krass. Das war jetzt nicht so gut gewählt, dieser Satz. Ja, das war in der Tat sehr... Wo waren wir bei... Ich bin jetzt doch mit Paneele, sonst... Die sind natürlich auch nicht mehr da jetzt. Gut. Das war schon positiv. Jugendgas, ja. Symbole denn, oder was? Ja, die nehmen wir. Alles klar. Dann haben wir einmal die sechs, diese ausgeschriebene da, die komische. Ja. A. A. Ja. Denn das Obenzeichen. Ja. Und dieses komische Haar mit Hütchen. Also einmal die sechs. Ja. A. Ja. Haar mit Heiligenschein. Ja. Okay, ich lasse mal Gas an. Hier werde ich helfen. Mich scheiße, ich nehme an. Ein Kollege weg. Dann kannst du auch so passwörter, oder... Äh, Labyrinth. Das erste ist, glaube ich, Labyrinth, wo ich lande. Ja, Labyrinth. Gut, mein erster Kreis... ...ist zweite Reihe, dritter von links. Ja. Mein zweiter Kreis ist... Ganz links, äh, zweite von unten, ne? Ja, genau. Okay. Und da, wo ich hin muss, ist auch da unten. Das ist schon mal der weiße Punkt. Also muss ich quasi sogar zu dem zweiten Kreis. Erzählst du, die zweite Kreis und du bist? Ja. Und mein Dreieck ist die dritte Reihe. Äh, du bist das Vierecke-Bünnst, ne? Achso, dann bin ich auf jeden Fall da. Und das Dreieck ist, äh, dritte Reihe ganz rechts. Dritte Reihe ganz rechts. Okay, dann gehst du jetzt zwei hoch. Ja. Kein rechts. Ja. Zwei hoch. Ja. Ganz nach rechts, bis zum Ende. Und zwei runter. Okay, Moment, ich muss kurz gasen. Dampf ablassen. Ja, mach das mal. Das war ja gar nicht. Aber nicht explodiert. Na, wir haben jetzt Passwörter. Okay, jetzt haben wir Passwörter, ja, alles klar. Okay, nochmal Gas ablassen und dann, also wir haben schon mal ein Q, das brauchen wir glaube ich gar nicht, ne? Als erstes. Äh, nö, mit Q habe ich schon mal nichts. Okay, dann haben wir noch ein D. Ein B, ja. Entschuldigung, ein D, D wie Dora. Ach D, ja, okay. Ein K wie Konrad. A wie Konrad? K wie Konrad. Ach K. Das kann dann nicht, wie scheitert einmal Schusseln, äh, nur schon ein Z, wie Zeppelin. Ja. Haben wir noch eins? Ein S, wie. Ja. Ja, wie Stas. Ja, wie Scheiße. Nein, das wollen wir nicht noch nicht sagen. Oh, nein, komm. Auch nö, nicht so Stasbombe hier noch ist doch hier. Ich mache schon noch mal. Der Fuch sei hier, eins oder zwei, du bist da. Was, eine Runde. Meine innige Bombe. Ja, ich gucke dir mal nach dem Passwort. Ja. Such mal den Schied für Bombe überspringen hier. Keine Angeln. So Leute, das ist, auch wegen meinem Nerven, ist das erstmal die letzte Runde, glaube ich. Je nachdem, wie schnell das Gas mich umbringt. Okay, wir machen aber noch einen, oder was? Ja. Ich glaube, ich gebe nicht auf. Alles Training. Symbole? Jo, alles gleich, ich gebe zum Symbole. Bin da. Ach du, Kasimaya. So, nicht du. Ich meine, das ist das Gas. Okay, wir haben das umgedrehte C mit Punkt. Ja. Den A mit Schnipi. Nach links offen oder rechts offen? Nach links offen, ja. Das A mit Schnipi, nee, Lolli und das Zelt. Äh, Lolli? Moment. Ben Schnipi? Lolli, Schnipi. Zelt. Okay, ich muss noch was Gas erlassen. Aha. Paneele kannst du machen. Paneele? Ja, wir machen erstmal das Beste zum Schluss. A und beim Start. Okay, erste blaue in... Ach, sei still. Wo geht das denn, in A? Nein. Okay, hatte ich auch nicht vor. Tut die näht. Ja, ich mache das auch sowieso. Okay, zweite schwarze in C? Ja. Das erste schwarze? Meine ich ja. Ja. Entschuldigung, weil das ist zwei ist. Okay. Das geht schon gut los. Das zweite schwarze in C? Ja. Oh, ich darf schneiden. Das erste aber auch, ne? Das erste schwarze in C? Hab ich schon gestimmt. Okay. Das zweite blaue in C? Ja. Moment, ich muss mal kurz... Ein hier entschärfen. Umdreckung. Ah, komm, das war wieder mal knapp. Okay. Sagst du ja? Zweite schwarze auch hin? Gut. Alles klar. Entschuldigung. Okay, dring und leckst die zwei her. Hahaha. Das erste rote in A? Nein. Nein. Das ist ja langweilig. Okay. Das dritte schwarze in C? Ja. Das war das dritte schwarze. Eigentlich ja. Das vierte kann es nicht gewinnen sein. Und ich habe vorbeigeklickt und habe es blaue, was genau so unterlief. Das dritte blaue in C? Wer ist gegangen? Nein. Dies war's. Das war's. Aber eigentlich habe ich draufgeklickt. So, das war das Zeichen. Ich will nicht mal mehr die Kabel treffen. Ja, jetzt musst du aber noch eine Wiedergutmachungsbombe, glaube ich, machen. Okay. Die wollen mich nur sterben sehen. Oder du besser gesagt, ne? Das ist nur sterbenhöhlen hier. Nein, gar nicht. Das ist mal so christisch schadenackt hier. Okay. Glaub nicht. Machen wir noch eine. Müssen wir noch mal in den Nerven. Besuchst mich denn wenigsten. Ist das bei dem, wo der Ecke liegt? Ja, ja. Ich heb dich schon auf irgendwann. Oh ja. Weil ich mit dem Lachen fertig bin. Alle drei automatischen auf der Rückseite. Sehr schön. Lol. Okay. Dann wären wir bei Paneele. Dann machen wir bitte mal, das erste rote in C. Ja. War ja klar. Zweite rote B. Ja. Er ist der blaue in C. Das ist ein Nein. Das weiß ich auch so. Okay. Du, über den Gas. Aber zumindest kommen wir bis runter hier. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Ja, Gas, von war. Das ist schon genug Dampf ab. Okay. Der erste blauen C hast du gesagt, ist ja nicht. Nee, doch, ne? Nee, das erste blaue in C ist nicht. Erste schwarze in B. Ja. Das ist die schwarze in A. Dann haben wir noch mal das zweite schwarze in A. Ja. Dann haben wir noch mal ein, was? Wie vielte blaue? Das zweite blaue in B? Das dritte, das, ja doch, das zweite, das ist das B. Nein, B ist nicht. Und das dritte blaue in C? Ach man, was hat er denn jetzt schon wieder? Ich will wieder explodieren? Ja, das ist doch echt nicht meine Bombe. Das erinnert mich irgendwie an eine Probespielruppe. Willkommen in der ersten Folge von Kimpock. Wie die Capture, wo nix passiert ist außer Explosion. Nix gut rüh hier mehr. Ja, die Wiedergutmachungsexplosionen haben jetzt gereicht. Ja, siehst du, der war immer noch richtig erfolgreich diese Woche. Ja. Und weißt du, was aber nächste Woche ist? Ach nee, übernächste Woche. Da hast du die Bombe nochmal. Bis dahin habe ich den Cheats im Übersprung gefunden. Überspring gefunden. Ach nee, doch. Der steht nachher im Buch, Bombe beschafft fünf Minuten. Ja. Ich glaube, das ist noch ein bisschen Glück, dass du alles auf einer Seite hast. Dann hast du schon mal halb gewonnen. Aber ich hatte diesmal ja alle auf der Rückseite. Ja, ich habe eigentlich auch meistens immer mit drehen. Also entweder ist eins oder zwei auf der anderen Seite. Das ist immer so hin und her drehen. Das ist das Doofe denn. Weil dann hast du es nicht mehr im Auge. Eben. Und das ist es ja leider. Ja, liebe Leutchen. Das war das. Und vor allem Kritik und in den Kommentaren. Was für Kritik. Es war ein makelloses Spiel. Es war ein Fehler. Ein Bug. Einzig logische Erklärung. Ja, 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 ja. Ja, das war auf jeden Fall eine sehr schöne Runde heute. Oder Hunden. Schöne an den Kommentaren ist, die müssen jetzt freigegeben werden von mir. Da ich könnte so viel kritisieren, wie ihr wollt. Ja, das Lustbärm wird gefiltert. Der Rest ist gleich da. Wir sind gelöscht. Und wie er jetzt diese Folge kennen wird, um die Kommentare zu löcheln. Bei uns herrscht keine Meinungsfreiheit. So viel haben wir gesagt. Ja, genau. Macht den Leuten immer noch mehr Mut, weniger zu schreien. Nein, schreibt, was ihr wollt. Schreibt, was ihr denkt. Solange ihr nett seid und gnädig. Das geht doch bei dieser Folge gar nicht. Netz zu sein. Doch, so ein bisschen Mitgefühl. Und oh, der arme Jung. Wenn, dann schreiben Sie bitte Sie, Idiot. Ja, also bleibt höflich. Vielen Dank. Alles klar. Das will man sagen. Wir erlösen den TZ jetzt mal von dieser Runde. Ja, ich gehe jetzt wein. Ja, genau. Ab in die Ecke. Und dann starten wir eventuell das nächste Spiel in der Aufnahme. Okay, bis dann. Tschüss. Ja, und tschüssi.